Was ich als Kind immer gerne gemacht habe, dass ich mich so hingepackt habe und dann, uh, Moonwalk. Ja, äh, ein bisschen rumblödel muss sein, ne? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Orkel of Seasons. Lang, lang ist es her. Ich glaube, zwei Monate oder so könnte es sein. Aber natürlich wird dieses Spiel noch abgeschlossen und ich muss jetzt erstmal, ehrlich gesagt, checken, wo ich überhaupt hin muss. Ähm, wir sind ja, wir sind ja schon relativ weit. Wir sind ja schon relativ weit. Aber ich frage jetzt nochmal, weil ich nicht mehr Bescheid weiß beim Dekobaum nach. Kannst du mir noch was sagen? Na. Nur das Übliche. Ba-da-dam-bam-bam-bam-bam. Das, äh, war mein, äh, mein Thunderbird. Oh, einerseits in den Ruin. Ja, toll. Aber warte mal, warte mal, waren da nicht so... Ja, da sind so vier Zeichen drauf. Ich glaube, die sollten wir mal aufsuchen. Komm ich da mit, ähm, komm ich da mit, ähm, komm ich da mit, mit Kernen hin? Lasst mich das mal abchecken. Flup. Da-da-dam-bam-bam. Zurück. Äh. Zurück. Neuauswahl. Abbruch, Abbruch. Bäm, 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 bäm. So. Das ist schön einer nach dem anderen. Dem, bäm, ba-dam, bäm, bäm, bäm. Hm, 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 hm. Hm, hm. Du weißt, dass man kein Ding verlinkt hat, was ich will, was ich will. Und das ist ja schon so, wo ich als nächstes mal bin. Das ist doch so, wo ich mich sehr prüfe. Was ist das? Ähm, damit wir die dann bei den Ruinen einsetzen können. Ich meine, dass es damit was zu tun hatte. Ja, aber... Wie ist das blöd? Hatte ich die nicht schon eingesetzt? Oder bin ich dann Game Over gegangen und habe mich gespeichert? Weil ich habe hier auf jeden Fall den neuesten Spielstand geladen. Muss ich nochmal checken, aber... Ich mache das jetzt einfach mal und falls wir das schon hatten, dann kommt dieser Prozess. Ja, das ist bestimmt eine Frage. Ich brauche das zu Hause. Wir müssen uns mit den Frans und den Schatten gesetzen. Ich glaube, die Frans und den Spiegel sind... Da, 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 da! Da ist mir das in den Schatten ab und zu gehen! Deine Frans haben wir in den Schatten schon geschaffen. Das kannst du dir nicht... Ich habe hier ein Gericht vorgestellt... Ich bin fertig. Ansonsten. Ich habe deine Ankunft erwartet. Ich gebe dir dies. Kuckuck. 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 Ich glaube hier konnte ich irgendwo dann eine Jahreszeit ändern. War das nicht? Hä? Hier war doch irgendwo der Baum. Hier ist vor Orschmi nicht. Vor Orschmi nicht. Hier war doch irgendwo der Baum. Das war auch nicht. Äh. Oh, ich glaube ich weiß wieder wo er war. Der war ganz da oben, oder? Naja, der war da oben. Definitiv. Und ich würde sagen, wir brauchen Winter. So. Ach, ich derp. Dann drehen wir halt eine Extrarunde. Ich würde hier schön schlittern. Ach, verdammt. Hier komme ich ja gar nicht. Ja, okay. Dann machen wir es halt so. Vielleicht hätte ich auch drüber hopsen können, aber... ... ... ... ... ... ... ... Schaufel, 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 Daufel. Und Bombenstimmung. So. Da, ba, ba. Du erhältst den Karo-Juwel. Okay. Nicht eher das Karo-Juwel. Wo muss man denn jetzt... Okay, von hier aus nach unten. Da können wir uns beamen, das weiß ich. Da geht das jetzt. Da waren wir vorher sogar schon nicht, Depp. Da, da, ba, bam. Zurück. Hier, Hohrendorf, let's go. Ja, 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 da waren wir doch vorher. Da, 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 da. Hier ist Winter, oh Mann. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm. Stim, bi, dim, 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 bi, dim, bim, bim. So. Diddididim. Vom Winter in den Winter ist okay. Ach, hier komme ich ja nicht... Nee. Nehme halt eine extra Runde. Du dich. Du dich. Du dich. Du dich. Du dich. Das hört es nicht mit. Du dich. Wir können es jetzt paysir listen. Du dich. Hörst du dich. Du dich. Du, dich mal geworfen. Du dich. Du hast den X-Juwel. Das X markiert die Stelle. Du hast den X-Juwel. Ich hab zu interessiert. Ich glaub, es ging über diese Stelle. Schljut stuff about this sometimes to think бывает. 그렇 section that works. Willst du den x-Juwel pap 그럼ianiin office? Also es wird in X-Ju-Swipt, With the otherretthood on the mat?! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh. Vielleicht aber auch schon. Nee. Wir brauchen Frühling. Das ist Herbst. Sommer. Äh, Winter. Sommer sagt er und neid Winter. Ja, ne, man kann schon auch verpeilt sein, ne? Bam, bam, dadadadam. Bim, bim, bim. Hallo Gorgelmann. Hallo Gorgelmann. Weil er einfach gorgeln kann. Ach, hier gab's nur die Frühlingsbanane, ne? Aber hier ging's dann weiter, oder? Nee. Hä? Ah, nee, 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 nee. Aber Frühling ist, glaub ich, trotzdem richtig. Frühling ist, glaub ich, trotzdem weg mit dir. Richtig. Dann gab's hier hinten so ne lustige Blume. Und die... Stüpp. Mich dann da nur... Jaja. ... 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 Die waren in der Nähe von der Stadt. Wer waren die hier? Waren die nicht hier irgendwo? Warb. Aber auf die Suche nach den Ruinen begeben wir uns im nächsten Part. Für diesen Part hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt, let's play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bis dahin, macht's gut. Ciao Leute.